In unserer Reihe des Filmfestivals, meine Damen und Herren, zeigen wir Ihnen jetzt den amerikanischen Spielfilm Die Flucht von Alcatraz. Clint Eastwood wird der Anführer einer Gruppe von Häftlingen, die den lebensgefährlichen Ausbruch aus einem der berüchtigsten Zuchthäuser Amerikas um jeden Preis versuchen wollen. Don Siegel, der berühmte Actionregisseur, hat diesen Thriller 1979 meisterhaft inszeniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017